Musik Hat Vater damals an der Landschaft auch mitgebaut? Nein, das habe ich ihm damals zum Geburtstag gewastelt. Wann war denn das? Das sage ich dir gleich. Der sechste Geburtstag, Mai 1949, genau vor 30 Jahren. Anderland, im Reich der Zeit. Buch Gerard Saman, Susanne Nowakowski, Andreas Mayer, Josef Rolls. Darsteller Michael Uhlich, Fabius von Google, Ottmar Weckert, Herbert Behrendt. Studiokamera Alois Nitsche, Harry Bell, Gerhard Böhr, Karl-Heinz Fischer, Wolfram Josef. Filmkamera Alfred Tichawski, Rainer Thilo Pongratz. Technische Leitung Axel Bornheimer. Bildtechnik Hans Haider. Ton Ottfried Wimmer. Bildschnitt Frigga Haider. Filmschnitt Angelika Reichler. Ausstattung Marianne Wolitschek Samahan. Requisite Inge Schumacher. Trickbauten Darcy Tyrolle, Ernst Klüner. Maske Rosemarie Mayer, Rainer Kraubs. Musik Helmut Trunz. Filmtrick Help Play. Regieassistenz Horst W. Mattusch. Aufnahmeleitung Leo Süßmeier. Produktionsleitung H.W. Schmidt. Regie Gérard Samahan. Gesamtleitung Josef Rölz. Redaktion Ingo Herrmann. Eine Produktion der Icon. Hergestellt im Fernsehstudio München. Im Auftrag des ZDF. GmbH. GmbH. didn't sing led by Paul Madариura. Ingoanna Daniel Fiore.